Hallo! Genau so geht wie uns Berlinern und keine Ahnung, welche Teile noch sagen, die wahr sagen. Oder wie Varios die waaah sagen. Ne, aber halt, ich find das voll komisch und verwirrend, wenn Leute gay sagen. Ja, versteh ich. Also für mich geht das fast gar nicht, wenn jemand gay sagt. Meine Cousine, ich hab die jetzt 8 erst kennengelernt, und die hat halt immer gay gesagt und hab dich die ganze Zeit so, warum sagst du gay? Das ist man halt dann so gewohnt. Ja? Das ist so ungewohnt, wenn man es dann nicht kennt, ne? Ja, was ist denn das für ein komisches Wort, gay? Und ich denk, was geht anderen mit unseren Waa? Ja, na das ist, es gibt, also ich weiß, ich hab in meinem Bad Duschgay. Ja, aber ich meine, zum Beispiel wie... Ich meine, was ist bitte die schon die... Wofür ist bitte schon die Abkürzung GELD? Ich meine... GELD! Ja, aber ich meine... War ist halt von NETWAR. Von was? Ist halt von NETWAR. Ach so, ne, ich dachte von was? Äh, also im Sinne von, von, von äh... Nee, nee, war ist von NETWAR, nicht wahr. NETWAR. Also ich hab da immer gedacht, das ist sowas wie, also... Ähm... Das war ein voll toller Film, was? Dit war ein voll toller Film, wa? Na halt, war ist sowas wie, stimmt's. Ja eben, das meine ich ja. Das ist ja wie, wie... Was kann man ja da auch so... Na aber halt auch... Das kommt aber eigentlich halt so von NETWAR, nicht wahr. NETWAR. Aha. Okay. Und NETWAR ist das gleiche. Die gleiche Abstammung. Genau. NETWAR und so. NETWAR. 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 Oder, oder ich meine, es gibt ja auch andere Sprachen, die dann einfach NON am Ende sagen für, äh, stimmt's? Mhm. Eben. Also... So wie Spanisch. Mhm. Na gut, äh... Also, dass man, dass man da vielleicht im Deutschen dann sowas wie NEIN verkürzen würde, welches man aber im Deutschen nie sagen würde, weil... Mhm. Wir nicht sagen... Obwohl, dann sagt man ja auch wieder NETWAR. Mhm. Ja, ja. Na gut, äh, so, wir sind, äh, wieder drin dabei und, äh, keine Ahnung, wir quatschen. Ja. Ähm, aber wir können natürlich auch mal in den Ballsaal zurückkehren, äh, ich glaube, es wurden mal wieder die Leute nicht informiert. Ich glaube, das kann sein und ich glaube, du musst mal auf mein Fenster klicken. Halbe Stunde zu spät, oh! Ja, das stimmt. Tut mir leid, das... Ähm... Ich hab noch ein bisschen rumge... Er musste noch ein bisschen rumtechniken. Ja, äh, vor allem, darf ich mal zeigen? Ja, aber du musst auch noch mal dann da raufklicken, weil das ist nicht aktuell. Das ist nicht aktuell? Wie nicht aktuell? Na, ich glaube, das linke Fenster ist meins hier. Ah, also muss ich das doch geöffnet haben. Ja, 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 Moment, Moment. So, besser? Weiß ich noch nicht. Ach so, ja, ich hätte das eh umstellen müssen auf das hier. Besser. Genau. Übrigens, der, äh, 3DS, den ich jetzt hier gerade in den Händen halte... Guck auf Discord, du Nudel! Ich kann grad nicht auf Discord gucken, da muss ich mein Handy suchen. Auf jeden Fall, den, äh, 3DS, den sonst ich benutze, benutzt jetzt, äh, Windy. Mhm. Aber mit dem Spielstand, den sie vorher auf dem New 3DS hatte. Ja, ja. Und ich mit meinem Spielstand, den ich vorher auf dem 3DS hatte. Ich find's aber süß, wenn du grad, wenn du mal überlegst, wie du mich nimmst jetzt. Ne, wieso? Ich kann dich auch... Jaaa... Ich könnt böse Sachen sagen. Oh, doch. Allein schon, indem ich an irgendwelche Worte ein I ranhänge hinten. Okay, ich guck mal lieber in Discord. Bis gleich! Freikling. So, was ist in Discord? Übrigens, um keine Schleichwerbung zu machen, dieses Handy, was ich grad in der Hand halte, würde ich niemandem empfehlen. Es ist schlecht. Und das mein ich ernst. Ich hab mir schon ein neues versucht zuzulegen, aber das ist noch in einer Werkstatt. Ja. Oh, hier, ähm, Lady Layton. Blablabla, äh, Google, äh, 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 schreibt zwei Einträge. Keinen, was, äh... Exifiziert. Was? Ja, die, die Exifizierten sind, äh, diejenigen, die grad den Stream schauen. Weil die so exifiziert sind. Das stimmt gar nicht. Da, wo ein Apfel drauf ist, passiert nämlich nicht das, was mit seinem Handy passiert ist. Doch. Das passiert auch auf Apfel-Handys. Ja, aber bei meinem nicht. Das ist doch noch nie passiert. Aber bei Apfel-Handys gibt's auch Sachen, die ja irgendwie, äh, dem, dem vorbeugen sollen, dass es sich selbst ausschaltet. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, exifiziert, das klingt so ein bisschen wie, wie Giftspritze. Ja. Wie exekutieren mit Infizieren. Ja. Okay, ich hoffe, dass... Okay, wir gehen mal den... Ich bin nicht einfach infiziert. Ja, du bist exifiziert dann auch. Ja. Ja. So lange du nicht dran stirbst. Okay. So, gehen wir... Ich mach jetzt auf jeden Fall mal den... Ach, genau. Das... Das... Ich mach auf jeden Fall jetzt den Ton hier, äh, warte mal einen Moment. Die Vibration meinst du, ne? Die Vibration mach ich aus. Ja, das ist auch sowas, was mich an dem Handy stört. Äh, ich hätte lieber eigentlich ein leiseres oder zumindest einstellbares vibrieren, weil es einfach saumäßig laut ist. Ich kann bei mir sogar den Rhythmus, ähm... Ja, das kann ich auch einstellen, aber es ist immer so laut, egal, was ich nehme. Oh, hier. Das ist eigenartig. Irgendwas ist hier anders. Stimmt's? Hier ist doch irgendwas anders. Ja. Ja. Ich, äh, weiß nicht, ob's euch auffällt. Vielleicht so innerhalb des Streams. Mhm. Ob euch da irgendwas auffällt. Stimmt, irgendwann. Was hier anders ist. Als wir vorhin diesen Korridor runterkamen, bin ich mir sicher, dass... Ja, der Lärm des Motors ist sehr viel klarer zu hören als vorher. Ne? Das heißt, wahr. Was? Da bin ich wohl mit meinem... Äh... Da bin ich wohl mit meinem... ganz nachgelaufen. Jetzt wurde es sagst, glaube ich, dass du recht hast. Ja. Ja. Irgendwas falsches. Irgendwas falsches? Ja. Ja. Könnte auch daran liegen, dass deine Ohren mal sauber gemacht werden müssen, schön. Aber... Wann hast du sie das letzte Mal gebadet? Ne, wann hat er denn das letzte Mal gebadet? Ja. Das heißt, denn... Okay. Ähm... Popcorn! Mit Salz! Ja! Popcorn, Leute. Ihr müsst mir... Genau, jetzt Team Windy gegen Team Axie. Popcorn, Salz oder Zucker? Ja. Also... Zucka, zucka, zucka. Salz! Zucker ist voll langweilig. Also ich kann mir gut vorstellen, es gibt vielleicht den einen oder anderen im Stream-Chat, mit der Salz auch nehmen könnte oder nicht schlecht findet oder sowas, aber ich glaube nicht, dass du die Masse damit auf deiner Seite hast. Zucker! Ja, Windy ist im Spiegel, ja, das stimmt. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ist ja nicht schlimm. Ich kann natürlich auch die Kamera so ein bisschen drehen. Ist nicht so schön. Äh, dann sieht man nicht immer noch im Spiegel. Macht ja nix. Ist ja alles okay. Ist ja nur von hinten. Salz und Butter. Oh, siehst du? Siehst du? Ah. Okay, blablabla. Als du mich das letzte Mal gebadet hast. Also schon vor Jahren. Moment. So lange kennen die sich noch nicht. Kein Salz. Genau, Salz benutzt man nämlich zum Streuen im Winter. Jesusos. Oh. Das hab ich noch nie probiert. Ne, das hab ich auch nicht. Sprechen? Sprechen sie schon wieder mit ihrer Töle. Das ist unhöflich. Das ist unhöflich. Entschuldigung, ich meine natürlich mit ihrem Mistfeeder. Das ist genauso wie jemanden einen homosexuellen Tonto zu nennen. Ich weiß nicht, ob Hans gehört hat. Ich glaub nicht. Vor allem der Sound, der hat dann... Also ehrlich gesagt, jetzt wo ich drüber nachdenke, dieser Klingelton oder... SMS-Ton hat auch was Tontiges. Oh Gott. Ja. Was? Beim nächsten Mal kein Stream außer Splatoon. Oh, okay. Kein Ding. Okay. Ja. Also, im Grunde... Mal sehen, ob wir uns dran halten. Ja. So. Jedenfalls... Eigentlich hatte... Mhm. Du kannst auch da lesen, wenn's größer ist für dich. Eigentlich hatte Ernest gerade angemerkt, dass der Motorlern lauter als vorher ist. Ich hoffe, das klappt gut. Oh Gott. Dann ist das bei mir nicht gra... Ach, egal. Mach doch nochmal. Dann... Kannst auch nochmal drehen. Ich kann schon so ein bisschen seitlich lesen. Okay, ich versuch mal so. Geht das? Ja. Gut. Hm. Seit wann denn? Nun, im Ballsaal wirkte es viel ruhiger, als die Feier losging. Ich frag mich, ob das mit Layton vs. Exeter Torni dann auch funktioniert. Das würde ich dann nämlich für die aller allerletzte Aufnahme... Das werden wir das sehen. Ich schätze, es fiel mir das erste Mal auf, als wir anfingen nach der Göttinnenstatue zu suchen. Wahrscheinlich fahren wir mit Volldampf zurück, oder nicht? Wa? Wa? Captain's Tower meinte ja, dass die Maschinen des Schiffs noch mehr drauf haben. Ja, aber wir scheinen nicht sehr viel schneller zu sein, als wir vorher waren. Ich weiß was. Vielleicht sollten Sie mal den Anker lichten. Ich glaube, die Statue ist irgendwo da unten und hält das Schiff auf. Okay. Mal gucken. Hm. Das stimmt wohl. Wir scheinen wirklich nicht viel schneller zu sein, als zu dem Zeitpunkt, als ich das letzte Mal aus dem Fenster geschaut habe. Ich frage mich, woher dann der letzte, äh, der zusätzliche Lärm kommt. Ding, 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 ding. Hm. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall sollten wir jetzt zurück in den Ballsaal gehen, oder? Oh. Ja, zum letzten Engel. Dann kommt mal alle mit. Du, 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 du. Weißt du, woran ich erkannt habe, gleich am Anfang, dass da irgendwas Wichtiges für die Story kommen würde, in diesem Gespräch? Die Musik ging aus. Das ist genauso wie bei Ace of Torni, wenn du den richtigen Hinweis hast. Genau. Richtig, ja. Musik geht aus, oh, wir haben es richtig gemacht. Und dann kommt wirklich doch nur so. Obwohl, wär cool, wenn die Musik ausgeht und es trotzdem falsch ist. Ja. Jo. So, äh, nach dem Vorfall fährt die Thames Tanik direkt zurück in den Hafen und der Motor klingt lauter. Schneller scheint das Schiff aber nicht zu sein. Na dann, ab in den... Äh, ich weiß nicht, ob wir mit denen überhaupt... Ich glaub' nicht. Nee, ich glaub' auch nicht. Mit dem, bei denen hatten wir doch schon... Oder nee, die hatten keine Rätsel bisher, ne? Doch, Ringo schon. Echt? Nö, ich probier's nochmal. Nö, da ist nix. Nö, das ehrmert ihn an dieses ... Nö, das erinnert ihn an dieses ... Aber sie hat ihn noch. Nö. Nö, die hat auch keinen... Okay. Nö, okay, jetzt, okay. bouw rzeczywiście. Ah, ich merke, man sieht wenigstens auch meine, äh, Maus dabei. Ja. Ja gut. Dann sollte es ja nicht schwer sein, dass was auffällt, dass irgendwas anders ist. Ja. Okay. Da wären wir also wieder. Der Barsal. Wo sich der letzte Engel versteckt. Das letzte hinan ist zwischen mir und die Bitschein. Du kannst es schaffen, Miss. Du kannst es tun. Okay, Trill. Ach, beim Anblick des Barsals ohne die goldene Gürtel wird mir das Herz ganz schwer. Und der Kopf auch. Könnte ich mir bei ihm gut vorstellen. Als wir von der Anlegestelle losfuhren, war sie doch so ein prächtiger Anblick, nicht wahr? Ja, wie wird sie wohl aussehen, wenn sie, äh, so mehrere Kilometer durch den Meeresboden geschleift wurde? Ist ja gold. Ist gold nicht eigentlich ein ziemlich weiches Metall? Könnte es passieren, dass die dann auch ganz entstellt aussieht? Also man hat ja früher goldgetastet, die man draufgerissen hat. Ja, und wenn es sich verbogen hat, war es echt. Ja. Okay. Das war nämlich der Test. Hat es das nicht getan, dann sollte man schon irgendwie... Okay. Mhm. Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihre Statue finden werden, Mr. Onesas. Keine Sorge. Aber nicht, wenn wir... Nicht auch... Aber nicht, wenn wir nicht auch nach ihr suchen, Inspektor. Hm, ja, nun... Äh... Wo sind wir denn dann, äh, Perfetti? Auf Wiedersehen. Hösslich! Wiedersehen.